russische Mannschaft als ihre Heimat, während Oksana Chuzovitina jetzt als Einzelkämpferin für Usbekistan allein nach weiter Flur steht. Der letzte Sprung der russischen Mannschaft. Tja, sie strahlen um die Wette, auch Rosalia Gallieva. Und damit, denke ich mal, hat das russische Team sich hier ausgesprochen gut aus der Fähre gezogen, Silvio. Ja, das haben wir ja schon während der Übung bemerkt und ich bin gespannt, ob es vielleicht noch reicht an die USA heranzukommen oder vorbeizuziehen. Ja, just in diesem Augenblick ist Russland an den Vereinigten Staaten vorbeigezogen nach der Pflicht. 193,796 Punkte, die USA 193,669 Punkte, 48,674 am Sprung für Russland, die höchste Wertung. Gallieva 9,837, das wollte ich noch erwähnen.